ok Ähm, doch noch eine kleine Anlegte. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert, ob das jetzt noch dran kommt. Wir machen heute weiter auf jeden Fall noch mal eine neue Mission. Und zwar diese Palette. Wenn ich jetzt nämlich das Spiel beende, dann, ähm, kann es sein, dass es heißt, jo. Dass ich diese Änderung verliere und die will ich halt gerne noch machen. Das heißt, die machen wir auf jeden Fall heute noch. Weil das glaube ich irgendwie noch dazugehört. So, gefühlt zumindest. Ich muss mal hier kurz den Querverkehr nutzen für die, für die Temse. Das Gebiet, das wir ja schon dabei haben, ganz so lange. Da war seine kleine Gäste, die wir mitnehmen wollen. Die ich mal noch hole. Da bist du ja. Was wirst du als nächstes vorbehalten? So, wir haben aufgespürt, dass wir mal den... Warte mal, kurz die öffnen hier, die Kiste. Warte mal, kurz die Kiste. Na, das ist ja auch noch die Fracht hier. Gute Nacht. Das war alles für ein bisschen Geld, okay? Naja. Haben oder nicht haben. So, nehmen wir mit. Okay, gehen wir rüber. So, dann muss ich kurz bei dem Typen hier noch schnell mal Hallo sagen. Pass lieber auf, sonst ist es blitzschnell vorbei. Ich will doch nur mal kurz einkaufen, gehen wir mal an, Silke hier. Ah, ich will mal trotzdem. So, gedacht. So, ich würde es ja mal eine Woche da eigentlich mal so ein bisschen auffüllen. Das war so der Plan, eigentlich an der Sache. Ja, bis dann. Da ist noch irgendwas, gerade mal kurz gucken. So, wo muss ich denn dahinter hoch? Okay. So, Perl Eleway erreichen. So, ich muss da mal zurück. Ich habe mich zu! Okay. Okay. So, ich muss da schon wegf consumers. So, ich muss da mal zurück. So, ich muss da mal wegführen. Also, ich muss da mal wegführen. what the fuck alter ich will mit fünf was ich noch machen jetzt ich dann jetzt so kann man mit den runterkriegen die frage ist ob ich den fünf aufstehen im gebäude drungen ja definitiv also der befinanziert wird eine harte nummer werden ob ich den krieg und kriege weiß ich noch nicht 10 alter verwalter ich muss jetzt erstmal gucken dass ich dort reinkomme in das gebäude da ist ja kein eingang da komme ich rein da komme ich rein ich hatte gedacht er wüsste dass ich zum orden gehöre und wollen mich umbringen stell dir mein entzücken vor als er sagte was er wirklich will ein assassine der für die templar arbeitet ist das nicht köstlich es ist widerlich es ist ein geschäft sie ist im zusammenhang seit mir nur tot ist gehört mir die einzig verbliebene das Problem das Problem wie soll ich da jetzt rankommen schau nicht zur fix der Vetter du bekommst die maschinen schon zurück und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen ich muss dafür sorgen dass die maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden und du gehst zur Vorderlob höchstpersönlich und stellst sicher dass nichts schief geht natürlich möge der Vater des Verstehens uns leiten heute und bei allen zukünftigen Unterfangen Waterloo Station die Tür knimmt schon wieder? dann rück halt, Esther! hier ist er hergekommen einer muss sich um ihn kümmern das war die Jungs da erledigen, ja das war die Jungs da erledigen, ja hab ich die noch irgendwie ne, die hab ich ja per links erledigen, ok naja, Verwalter naja gute Nacht naja naja na super ok, dann mach ich das dann verschwinde ich hier hoch einfach das ist mir nicht ganz zu heiß jetzt gerade gut, ich könnte theoretisch die beiden mir noch holen, aber egal da ist noch eine Kiste wahrscheinlich oben auf dem Schiff drauf und dann haben wir das erledigt so nur der stärkste überlebt abgeschlossen naja, war gut alles zusammen ach, das geht alles zusammen ok kurz, warte mal ich muss mal kurz die Kiste hier oben holen was ist denn? was ist denn? Das ist die große Frage. Wo haben wir sie denn hingestellt, die meine Freunde? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder nicht? Ach, da hinten. Okay. Dann war sie mit. Alles mitnehmen. Oh nein. Wieder ein bisschen Feindpräsenz, ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das denn? ja durchaus war zwischendurch war feinde die hier so ein bisschen umrennen aber ja alles was ich jetzt weg das habe ich später hier in der wacke ich weiß ich gewiss worden alle wird die jetzt hier dass ich jetzt hier mit niemanden so dann haben wir sogar damals auch dann mache ich feierabend wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann gucken wir mal was ansonsten nächstes so ins hause steht ich hoffe dass ich jetzt hier alles weitermachen ja doch eigentlich soll das passen ja genau weil wir raus aus der mission sind gut eine kleine extra folge weil ich mich die sechste folge in folge die ich hier aufnehme aber machen wir so bis dahin oder auf wiedersehen bei let's play assassin's greed syndicate